Euer Geist Erkennt ihr denn nicht, was ihr getan habt? Besser wir lassen uns nicht so mitreißen Nicht mitreißen lassen? Unmöglich! Wir sprechen von den sagenumwobenen Saduanern, dem persönlichen Attentäterorden von Naga Sado Der Mythos wird lebendig Keine Sorge, ich bringe euch rein Ich umgehe schon Sicherheitsvorkehrungen von alten Gräbern, seit ich alt genug war, einen Datenstift und eine Zange zu halten Schön, das zu hören Ich nehme nur schnell meine Ausrüstung mit Also gut, gehen wir Ist alles in Ordnung? Zeige alle autorisierten Ziele an Reiseroute bestätigt Das ist alles in Ordnung, das ist alles in Ordnung, das zu hören Das ist alles in Ordnung, das ist alles in Ordnung, das zu hören Das ist alles in Ordnung, das zu hören, das zu hören Das ist alles in Ordnung, das zu hören, das zu hören, das zu hören Das ist alles in Ordnung, das zu hören, das zu hören, das zu hören, das zu hören, das zu hören Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Bitte sehr. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Das hat sicher wehgetan. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ich bin bereit, wenn ihr 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 seid. Das war's für heute. 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 Ich habe Sie zur Sicherheit dort geparkt, nachdem ich Ihren derischen Käpt'n zermammt habe. Ihr findet mich dort. Ich kenne diesen Ort, ich kenne diesen Ort, ich glaube, sie nennen sich Weißer Schlund. Sie sind nicht gerade, sie sind nicht mehr, ich erwarte mit dem, ich erwarte mit Spannung und ich erwarte mit Spannung eure Ankunft. Das war's für heute, ich weiß nicht mehr, ich war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Gibt es ein Grab, das... Da wären wir. Jetzt muss ich diesen Droiden analysieren. Aber eure Freunde sagten, dass sie hier wären, falls ihr sie braucht. Ich glaube, der Geist sagte, er ist in dem Schlachtschiff. Geht dorthin, wenn ihr ihn finden wollt. Ich bin bereit. An seiner Gesundheit sollte man nie sparen. Passt auf euch auf. Wollt ihr Stims? Passt auf euch auf. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Viel Glück bei der Jagd. Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Viel Glück bei der Jagd. Euer Geld ist uns immer willkommen. Beehrt uns bald wieder. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Was ist wirklich eine Übersetzung? Joes' Hast du das? Ich habe die USA und mir dieafreden. Ich weiß es alles, wenn du siehst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Sith Lord Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020